Ja, und unsere Lola wartet immer noch auf ihre Familie. Sie ist mittlerweile sieben, acht Monate jung und hat sich zu einer ganz, ganz lieben, umgänglichen Hündin entwickelt. Sie lebt bei einer Pflegestelle hier in Paramos. Sie kennt also das Leben in geschlossenen vier Wänden im Haus und sie ist sehr, sehr umgänglich. Ihre Pflegemama hat mir gerade verraten, ihre einzige Marotte ist, wenn sie einen Müllsack zum Müll bringen will, dann flippt sie ganz aus, weil das kennt sie aus ihrer Kindheit auf der Straße. Müllsack, da kann man drin wühlen und vielleicht noch was finden. Wenn ihr euch für die Lola interessiert, meldet euch bei Tierfreunde Griechenland. Die Lola würde sich unheimlich freuen über ihre eigene Familie in Deutschland und ich kann euch versprechen, ihr werdet sehr, sehr, sehr viel Freude mit dieser wunderbaren, jungen Hündin haben. Die Lola sendet viele Grüße nach Deutschland. Und